Gehörst du in der Reihe? Scheiss Game! Ey, jetzt schon wieder schreib Scheiss Game! Ich überspriebe Scheiss Game So Cool Irgendwann hat das auf dem T-Zone schon ausgegeben Geschlechter? Geschlechter? Ja, finde ich Ähm, seit wann muss man da aufschiessen? Hast du schon immer müssen? Hehehe Ah Es sind immer so schnell Wow, das ist sehr schnell die Übersteuerung Wann hat das irgendwas gewesen? Wow Hey! Ich glaube eh nicht hier rum Wow Wann ist es schnell? Jetzt macht es Miau Ja Okay Oh, der Kommentator Mh 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 Was ist denn? Hey, irgendwie... Jesus Gott, ich... Ich brauche gar nichts. Das visiert ihr gar nichts. Jesus Gott. Diese verdammte Waffe zieht hier hoch. Ich glaube, sie soll einen Schisser mitnehmen. Das macht auch nicht ganz viel Schatten. Hm... Das ist nichts. Ah! Man muss nicht kommen. Nein, da geht auch mal. Ich weiss es Gott, ist das eine Scheisswaffe. Ein Selim zu befreien. Nein. Aha. Wir haben dir gar nichts angezeigt. Hey, ich kaufe. Wo? Oben. Wo? Ich... Nein. Nein. Hey, ja. Ich habe verdammt Mühe. Waaah. Gut. Was? Ich habe noch etwas. Ich muss jetzt, glaube ich, die Stüre etwas zurückstellen. Oh, schnell. Öffne mich. Und du kommst schon wieder zu stellen. Es ist schon wieder zu genug. Oh. 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 Das ist mal eine gute Idee. Oh. Das ist ja auch schon. Oh. 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 Ja, ich habe es wieder abgeräten. Installieren in X. Ausgerüstet. Ich muss noch entdeckt werden. Ich muss erst meine Waffe entdecken, bevor ich sie rauskomme. Das ist lang. Ich schieße auf mich. Wie kann ich... Oh, Glück. Ist das schon irgendwie so? Was habe ich heute gemacht? Oh, schon bessere Waffen. Ja. Wenn ihr euch nicht bewegen würdet, könnte ich euch auch eher killen, Jungs. Wie machen wir noch die Kampfe? Äh... Rechts oben, glaube ich. Oh, ja. Boom. Und Schlagkotti auch können. Das ist schon die bessere Waffe. Jetzt sind die gleiche wie du. x2 He he he. Wollen Sie mal die Luft hinzuschlagen? Ui, du... Was mache ich jetzt? Ich will jetzt nicht nach oben schauen, was hier oben ist. Ja, da hören wir noch mehr. Warte. Du denkst, du hörst gar nichts automatisch anvisieren? Ja, das hört ich halt auch. Das macht es schon schwieriger. Mit diesen Knarren geht es. Entschuldigung. Ich bin gespannt, wie es dann nachher wird. Wie die Skorpions und so. Könnte der noch blöd sein? Du hast den Pfeife unterstützt, das kann ich nicht öffnen. Ich bin schon von unten, oder? Öffne mich. 500 Std. 424 Std. Ich glaube, lieber auf ein anderes Zeug kann man es auch noch brauchen. Ist nichts mehr da. Ja. Wow. Jetzt ist sie aber hoch. Ja, ich dachte. Ja, ich habe gerade gedacht. Ah, jetzt ist es heute noch. Ich werde da mal rein gehen. humanity will. Ich werde da noch allen drankchen. Ich werde da noch nicht. Das wäre toll. Ja. Es sieht dann aus. Der dritte箱ze war los. Menke das Gerät hat den Schlager. Und jetzt ganz schönes Polymerzen. Kohlerflug, nur... ... und CLM. Mich wieder? Nein, 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 nein. Jetzt habe ich es erwischt. Das sind eh nur so Heftchen, glaube ich. Nein, komm mal! Mutti, Mutti. Mutti. Jetzt kommen dann, glaube ich, schon... ...eine Geliebten. Ja, oh ja. Mal... Gas noch, jetzt noch. Ey. Ja. Der hat nicht mehr genützt. Hm, geht gut. Du bist noch besser als auf dem... Oh, die habe ich jetzt so eingefroren. Du hast es eingefroren, ich habe es zu mir und so... ... und gerade wieder weg. Das war ein Special. Ja. Wir mussten fast miteinander zunten. Haha. So, wie es aussieht. Ja, ich wollte testen. Wir haben einen Kreise angezeigt, wenn ich... ... dann drücken wir einmal. ... dann drücken wir einmal. Und jetzt der Nimm... Ja, irgendwo sollte. Ha, ich hab's... Jetzt ist gut. Irgendwo da hat sich noch... ... Special-Zeugs... ... ich hab's nicht vor... ... ich bin mir drüber. Ich mach's nicht hierher rum. Kann ich da gar nicht oben sein? Hä? Ah, jetzt? Ja, in der Sumi... Oh! Das macht meine Invest, wieso geht die weg? Hä? Ich hab... Ich habe einen schönen Erfolg bekommen, bin ich gut. Wow! Äh, wir werden mal angegeben. Ah, ich hab... Hat sich erledigt. Nur habe ich nichts erreicht mit dieser Hure. Ich auch nicht. Haben wir einen Toic? Nein, einer ist noch. Nein, einer ist noch nicht. Mit X hier ist das Ausweichen. Ah, gut zu wissen. Du musst immer rollen. Nein, nein. I see, I know. Kann man die Kiste jetzt einfach schleifen? Nein, komm. Gut. Wie geht es dir gerade da? Ja. Diese Kürze sind alle, oder? Ja. Wo wir die bessere Gnade haben. Die gleiche. Uh, du hast keine Schüsse mehr. Ja. Jetzt. Anseite. Ah. Gut. Warte. 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 Ja. Hat Hore so gebrummt. Dieser kann schon wieder. Mhm. Ah nein. Hier wollte ich es. Oh nein. Manchmal ziehe ich es schon. Ist das ein Oberlicht, den ich jetzt rüberkomme? Nein. Manchmal ziehe ich es schon. Ja. Der hat sich jetzt voll. Ja. Ah. Machst du was? Ich finde sie es schon gut. Jetzt kenne ich es noch. Die war der Hage. Gut wär's ja schon Mhm Ah Die Katze will wieder rein Ach ja, ist ja keine Katze gewesen So, jetzt darfst du ihn Oder? Muss ich nehmen Ich muss da etwas machen Da, ein Stück Ich kann den Ohren weg gehen Oh Ist das deine? Ja Ich muss da etwas machen Mit dem da Ich habe da genug Aha Aha Das ist kein Ankampfspiele Ja Ich finde das eigentlich schön ist Ja Ah, da waren wir ja schon Ja Wir haben ja jetzt da Find einen Skarabeusschlüssel Ah Ah Kann der Cent von euch Irgendwie was hätten Mhm Ja da Ja da Ja da Oh jetzt ein Tschüss Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Das sind die Warum leber genug Und schon Oh das ist kalt genug Mhm Mhm Wo bist du da Oh nein Dort bist du Ah da oben Ja Schau stumm, ich probier die Oben dort Nein Ich hab's da sind alle oben da Glaub's Ja, Fluch und Segen Ich glaub, wie der ist dahinten Upsi Du musst ihn holen Oh ja, gut Hier geht's weiter Gehen wir noch nicht da durch Oh 1-2 Punch Hi Hi Wurde fassen Nein, was mach ich? Habe ich so ein Haar Die Sonne mit dir Sättigkeit gebraucht Ja, das ist mir vorher schon passiert Wurde Was hat sie denn? Oh, eine Kiste Da bei mir 1000 Franken Ja, es gibt ja nur so Waffen Ja, gleich Hier Was gibt's? Du bist nicht Oh, eine Anlust Habe ich jetzt aber auch vorher noch nie Habe ich jetzt aber auch vorher noch nie Und dann haben wir dich schon mal Wieso kommt jetzt einfach ein Video? Ja, um zu zeigen was wir anfangen Ach, ich bin auch auf allschen Ort schon hingelaufen Ich gehe nicht da hinbelden Wow Ich wollte gerade eine Tour Ah, das ist so Ja Ambrust ist ja schon geil unterwegs Aber Ja, das ist nur so eine Spezialwaffe Die du schnell brauchst Nachher ist Ich nehme lieber die Ich rufe schon so blöd Ich rufe schon Ich rufe schon Ich rufe schon Ah, da kommt sie sie jetzt Nein, nicht der Nein, nicht der Oh Ja Das macht aber ein paar andere Ich rufe schon Ich rufe schon Ich rufe schon Ja, f*** ich auch. Ich will sich die Pistole testen lassen. Aha, Entschuldigung. Nein, ich meine den Gegner. Aha. Es geht die Pistole schon verscheissen. Ja, wenn er keinen hat, ja, ich könnte ihn auch lockieren lassen. Aber ich habe keinen. Er trank mich. Aber weit unten hätte es eigentlich noch. Ich hätte noch einen. Oh, da ist wieder so eine geile Tür. Warte. Jetzt gehen wir runter. Wollen wir jetzt ein... Das war bei mir eigentlich immer gut. Das war bei mir. Also, manchmal. Manchmal bist du ja immer gut gewesen. Hä? Warte. Das ist ein Mädchen. Ja. Was ist das? Oh. Ja. Ja. Ich zeige mir einfach das mit dem Auge. Ja genau. Noch eins. Nachher irgendwie ein Zunderopsi am Ende. Mhm. Bei wieder. Und der Hund. Oder was das ist. Da ist ein Mädchen. Ja, die ist nicht her. Die ist nicht her. Ja. Oh, da ist es für die Lava. Geisteschne Waaai So schneller werden auf dem Pit Ja, in der Fall so eine Noten Ich auch Warte, warte Aha Du machst so viel Gas geholt Pfff Das ist ja noch cool Hä? Ah, jetzt ist Frank Was? Wo? Da bei mir Nein, das war nicht Katze Oder Ab dir Ich habe diese gefunden Die anderen Was es dir auch noch gegeben hat Ja Dass sie Nur für dich gezählt hat Und für mich nicht Auch noch Hm Du kannst mich jetzt komisch Du Da geht es gleich weiter Ja Ja Jetzt hast du mich Ja So 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 Du wartest Wie Deine Oh Ja Wie Ich Ich zeige was wir da Ja oh. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gebraucht. Mein ist... Bist du jetzt durchgeschossen? Nein, Hage, ja. Ja. Jetzt ist lustig. Plutal, sie sind in der Zwischenzeit, ja. Vorher habe ich sieben Zeit gehabt. Haha. Hören wir auch, Kampf macht aber schon, ja. Ist das nur ein Schatten? Uiuiui, ich kann mich fast leben. Schau, gar kein Scheiss, ich muss schiessen. So, jetzt, wenn ich glaube, wenn ich...